Das hätte doppelt so wenig Spaß gemacht. Schon drei Zombies' kill in meiner Hellstatt, ey. Voll der Super-Profis. Dreif-Tammies. Dreif-Tausend. Dreif-Tausend. Dreif-Hundert. Dreif-Tausend. Wenn ich hier was spawne, ne? Hier sind eine Million Apartments, dann bin ich gleich Superman. Und zwei Supermarkte sind hier. Und eine Feuerwehrstation. Supermarkt-Test. Supermarkt-Test. Warum... Warum... Warum liegt da ein Zombie? Weil der tot ist. LOL. Der... Da war so'n Balkon und der Zombie lag da drauf. Hat er so gechillt. Ich wollte halt auch mal chillen. Das war schon ein bisschen strange. Mann. Ey, hier muss doch irgendwo mal ne Waffe liegen, ey. Wey. Wey. Das ist ja... Loll. Der Soda-Can hab ich gekriegt. Endlich kann der Schwarze wieder das trinken, wofür er geboren ist. Pepsi. Dafür ist er also geboren. Ja. Oh man, hier ist so ne Militärbaracke, aber die agiert nicht wie ne Militärbaracke. Sondern einfach nur wie ne Baracke. Und ich blute. Und ich blute. Wie ein Schwein. Und ich hab keine Bandage. Ach du Scheiße. Jetzt wird die Lache hier aber kritisch. Oh Schei... Das hätt ich vielleicht bedenken sollen. Ah ne, das wäre irgendwo... Ich bin da so ein Hurensohnhaus. Oh mein Gott, lass hier doch eine Bandage sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schule. Alter, was für ne Großstadt bin ich hier gelandet, ey. Oh Leute. Oh man, nein. Hier ist alles, was man sich wünscht. Aber keine Bandage. Ach du Scheiße. Schreie mich nicht an. Eine Bandage. René, 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 oh Gott. Ich hab ihn umgebracht. Was hast du umgebracht? Hier war einer drin und hat mich gewartet. Und du hast ihn umgebracht? Und der hat so ein Übeltyp Pistolenmagazin um mich reingewallert, ne? Aber ich bin nicht gestorben. Oh Gott. Ich dachte schon irgendwas krasses passiert. Aber da feuert einfach nur einer an dein Gesicht. Das geht ja doch. Ich hab mich voll erschreckt, Alter. Und da hat er so geschossen und dann kam keine Kugel mehr raus. Und so... Tja, würdest du das jetzt recorden, wäre das cool. Oh, da ist ein Typ. Ich ignoriere ihn einfach mal. Alter Schwede, ey. Hey. Wir haben die Axt reingekloppt. Hallo. Das ist was... Wir haben ja gerade mit jemandem geredet. Hallo. Ja, äh, ich rede gerade mit jemandem. Ich schätze, es ist Oddy the Boy King. Gucken, wie viel Blut ich noch hab. Keins. Ah, eins. Ein... ein Blut. Ich verziehe mich von hier, glaub ich. Ne, es geht. Es geht noch. Sechstausend hab ich noch. Ey, du hast geschummelt und auf den Debug-Monitor geguckt. Äh, normal. Oh, da hinten rennt der Macker. Der hat mich abgehangen. Der rett jetzt bestimmt zur Feuerwehrstation und killt mich. Aber wer ist'n das? Das ist Alexander. Alexander Holt ist das bestimmt. Alexander, der verurteilt dich. Er hat den Huntingknife und Binoculars. Hat der auch nen Verurteiler? Oh, nen Alice Pack. Oh, der hat mich snacken wollte, ne? Ich hoffe, mein Kompani hier snackt mich nicht. Hab ich ihn ausgenommen. Oh, hier ist ein Alice Pack. Ja, gut, wenn du mir jetzt nen Blood Bag geben könntest. Das denk ich öfter mal, aber dann bist du nicht da. Hier ist noch nen Rucksack, Alter. Hey, dafür, dass hier so wenig auf dem Server sind, bin ich schon voll viel begegnet, irgendwie. Ich bin jetzt schon zwei Leuten begegnet. Hier gibt's einfach nur zwei Spawns. Wüste, Dschungel. Wüste, Flughafen. Und Dschungel. Boah, wie ich ihn geowned hab. Ich hab ihn richtig gekauft, hab ich ihn. Ich kann das Haus schlagen mit der Hedge, dann explodiert das bestimmt. Das könnte sogar passieren. Das könnte sogar passieren. Da geht's erstmal hier in das Ganze ein. Oh, nein. Wie für verglitschte Scheiße, ne? Hoffentlich sind die Zombies im fertigen Spiel nicht mehr so verdammt verglitscht. Nicht dieses... ...behinderte Runggeschlage, sondern ein bisschen Echtzeitgeschlage wär ganz nice. Ach, Quatsch. Doch. Babypen, Bloodbag, Painkillers, Morphan. Das macht ja keinen Sinn, so'n Scheiß. Morphan. Morphan? Hier, Magazine für die Pistole, ey. Ich bin erstaunt, dass ich noch so viel Blut hab dafür, dass ich so lange geblutet hab. So. Geblutet wie ein Schwein. Den Bandagen, ey. Was ist denn das? Hm, Makarov Magazin. Da sag ich doch nicht nein. Und ne Bandage, da sag ich jetzt recht nicht nein. Das war ein Bandit, den ich da gekillt hab. Oh, äh, hieß der Alexander? Naja, der hatte so'n komischen hässlichen Namen. Okay. So mit so'n Clan-Dings davor. War der wahrscheinlich im Alexander-Clan, wa? Holt-Clan. Alexander-Marcus war das. Im Holt-Clan war der. Alter, was bist du für'n Zombie, ey. Ich mach's dir die Mühe, hier ganz hoch zu kommen. Du verrückter. Voll der Workaholic, ey. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Für überhaupt nicht drauf. Geh ich in die Feuerwache? Was soll's. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, kriegt ne Makarov to the face. Oh, ne Binokulas. Hä, was hab ich da jetzt gemacht? Achso. Warum steckt der seine Waffe dafür weg? Idiot. Noch ne Watch? Nö. Geil, Mann, ich find hier saugute Sachen. Kein Plan, wo ich bin oder wo ich grade hinlaufe, ne? Wenn du ne Straße hast, dann kannst du dich nicht verlaufen, weil's quasi nur eine Straße immer gibt. Ja, hier ne Straße. Ja. Da bist du auf dem richtigen Weg. Okay. Es geht immer nur in jeder Richtung eine Straße. Ja, spannend. Ja, geht. Aber dann begegnet man oft Leuten, ne? Weil es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten. Wenn man ein Auto hat, fährt man auf der Straße. Man hat keine andere Möglichkeiten. Das find ich eigentlich ganz cool. Es sei denn, ich hab selbst ein Auto, dann find ich das nicht mehr cool. Find ich das sofort uncool. So wie bei meinem armen Trecker, den man mir genommen hat. Er war doch noch so jung. Hier ist ein Schuppengerät. Schuppen auf den Augen. Holz. Na. Box of Matches ist ja immer ganz nice. Und so ein Schwein. Ich hab Box of Matches. Ja, und ich hab Bloodbags, aber das bringt uns beiden nichts. Hier ist ein High Explosive. Eine Grenade. Ich würd mal sagen, der Typ hat hier schon die AK abgegriffen, weil ich ne AK gehörte. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht noch ab. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht noch ab. Das wär echt ziemlich homosexuell. So ein Mongo, der hier rumläuft. So ein vergewaltiger Schwein. So soll ich den Schwanz mal lieber in meiner Hose lassen. Ohhhh. Ey, ich glaub ich hab nen Bus gefunden, ey. Nice. Äh, ja. Ich möchte lieber die Enfield-Munition anstatt im P5-Magazine. Was hast du gefunden, Bus? Das klingt doch schon mal ganz lecker. Ey, ich... Ey, ich hab nen Bus gefunden und der funktioniert. Nice. Fahr lieber weg, bevor dich irgendwer erschieft. Was eigentlich immer passiert, wenn man irgendwas findet, was fährt. Oder? Ein M19-Magazin... Oder lieber doch die Makarov. Ach komm, M19. Die ist einfach cooler. Und die hat mehr Bums. Oh, die steht auf Bums. Oh, oh. Du wirst zerschossen. Scheiße! Ja, wie ich gesagt hätte, wie ich gesagt hatte. Es ist immer dasselbe. Man findet nicht einfach so ein Fahrzeug. What? Oh, okay. Double Barrier Shotgun. Alter, ich finde hier so viele Waffen, ey. Das kommt echt selten vor, dass ich so viele schöne Waffen finde. Ja, AKM kommt jetzt auch weg. Sooo... Den und... Äh, nein! Der hat mich aber gar nicht getroffen, der Spaß. Dann hast du gerade nen Nuken-Bus geklaut. Ey, ich bin ja ausgestiegen, wollte grad den Ding jetzt reparieren. Und jetzt? Jetzt bandagier ich mich gerade. Du bist ja voll der crazy Motherfucker. Jetzt bin ich umgefallen und tot. Oh, man. Du musst unbedingt auch recorden können. Ja. Ich finde das viel besser mit Splitscreen. Ja, aber das geht nicht mit Dateigröße her. Mit was? Mit der Dateigröße. Ich kann das nicht auf irgendeinen Server verschieben oder so. Rein theoretisch könntest du das schon. Oh. What the fuck? Oh. Oh. Oh, Alter, der dreht in letzter Sekunde um. Ja, rein theoretisch, ja. Theoretisch. Ey, du kommst hier doch öfter vorbei. Obwohl, ich könnte nicht jedes Mal erst rennen, wenn du hier vorbeikommst. Ist so. Verdammte Scheife auf Scheife. Ey, ich möchte gerne den Pasta dahin legen. So. Ey, da vorne steht... Ey, ich glaub ich bin... Ohne Scheiß. Ich bin grad da gespawnt, wo ich gestorben bin. Klau den Bus nochmal. Hahaha. Das wär das... Ich renne da jetzt auch mal hin. Wie das Witz, siehst du, aller Zeiten. Ich werd den auflauern. Dann werd ich ihn zerschießen. Er freut sich, dass... Dass du sein Bus nicht geklaut hast und dann gehst du da hin und klaus sein Bus. Welche Ironie. Sind nur 5 Spawns oder so? Ich bin jetzt schon dreimal an dir selbst spawnen. Ich weiß nicht, so viele... Kann's nicht sein. Makarov... Makarov... Wow, ich kann mich nicht drehen. Oh mein Gott. Oh, ne Wasserflasche. Die ist ziemlich scheiße hier eigentlich. Oh, jetzt hab ich so viele Bandagen, ey. Ich kann 25 Feuergefechte anfangen. Oh Gott. Scheiß auf die Wasserflasche. Die kann man doch nicht auffüllen. Ich glaube ich fühle mich jetzt halbwegs gut ausgerüstet. Obwohl, ich hätte gern noch nen Hunting Knife. Ein Headshot hab ich auch nicht. Kacke. Da könnte ich mir Fleisch machen. Nope. Hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Ach komm, hier muss doch irgendwo nen Hunting... Ah, hier liegt schon mal die Headshot. Sehr gut. was da istações... Ja... Ich bin gar nicht puedes...